Zeit, um zu arbeiten! Das Symbol hat sich geändert, weil, wie man sieht, ich habe ein paar Level gemacht. Ein paar, ne? Alle haben mittlerweile Affection Level 2 für Takt. Das zu leveln ist ein verdammter Pain in the Ass. Weil es ist wenig und es ist nervig. Man müsste meinen, wenn der im Kampf hilft, kriegen die Mädels Affection zu ihm. Was auch nicht falsch ist, genau so ist es. Aber, die Angriffe, die er mit dem Schwert macht, bringen einen feuchten Kehricht, nämlich fast gar nichts. Wie kriegt man also am meisten? Mit dem Schutz. Indem er die Mädels, das sind die Schützen, der den Angriff wirft. Das erhöht die Affection. Und nicht gerade viel. Ich habe mittlerweile 18 oder 19 Aufladungen auf denen. Ich bin vorhin auswählen in einen Kampf reingelaufen. Und, ja. Well. Ich musste... Wie viel Affection hatte keiner Deko? Ich glaube, knapp zwei Drittel Affection waren voll. Und das letzte Drittel hat fast zwei Level gekostet. Also alles in allem, ich war knapp anderthalb Stunden beschäftigt. Weil ich muss das erstes rausfinden. Ich muss das am Ende googeln. Und ich habe natürlich gegen schwächere Viecher gekämpft. Weil das völlig egal ist, gegen welche Viecher man kämpft. So, die bräuchten wir für unsere Quest. Die sind mittlerweile auf einem normalen Niveau für uns. Aber ich... Wahrscheinlich Story Progression, kann das sein? Wobei, ne. Keine Ahnung. Ich wundere, ob es hier irgendwas gibt. Schönes Arbeit. So. Damit ist das erledigt. Was wir jetzt aber machen, bevor wir die Quest abgeben... Wir gehen mal eben hier rein. Achso. Ich habe auch irgendwann... Moment. Wir haben eine Menge EP verloren, weil ich habe die Outfits immer wieder hergestellt. Bis ich irgendwann mal auf die brillante Idee gekommen bin. Lass die Scheiße doch kaputt gehen. Und reparier sie, wenn du fertig bist. Es kostet wesentlich weniger EP. Aber auch das kam mir erst später. Der Einfall. So, weil hier drinnen, habe ich neulich gesehen, also gestern, können wir ein paar Bläher entfernen. Ich glaube dich hier unter anderem. Das ist trotzdem unmöglich für mich. Du nicht. Okay. Dann hier oben. Du vielleicht. Ich wundere, ob es hier irgendwas gibt. Ich muss stärker sein, um etwas wie das zu eliminieren. Wir konnten hier doch Bläher entfernen. Ich muss stärker sein, um etwas wie das zu eliminieren. Was ironisch ist, weil den Raum haben wir schon. Wir laufen jetzt nur einen unnötigen Umweg. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir konnten doch Bläher entfernen. Letztes Mal den nach vorne etwa? No way! This is bad! Ach! 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 Ich bin immer in Ordnung. Ach! So, das machen wir jetzt so. So, meine Güte. So, wir haben nämlich ein paar nette neue Sachen gelernt mit allen. Und die will ich jetzt mal ausprobieren, weil ich hab die meisten selbst noch nicht gesehen. Äh, Cycle, yes, please. Auf die Vögel machst du das. Hast du noch einen? Ja, hast du. War cool aus. All right, I'll do my best. Just disappear! Oh, ho, ho, ho. Ouch! Oh, no, it's my turn. Like this, maybe? Oh. This might be heavy. Watch out! What to do? Okay, ich glaube, dich hab ich noch nicht gesehen. So, die kennen wir schon. Dann machen wir als nächstes mal dich. Und... Ah, davon haben wir keine SP mehr. Na ja, gut. Okay, hier kriegt man ein paar nette EP dafür. I need to get stronger to eliminate something. I still can't do this. What? You don't have the item. Oh, okay, dann war das wohl eigentlich könnte. Time to get to work. Aber ich kann's gerade nicht. Oh, wait, what do we have here? This is still impossible for me. Okay, dann hab ich einen kleinen Denkfehler gemacht. Okay, dann machen wir doch mit der Story nochmal weiter. Aber wisst ihr was? Wobei, wenn der jetzt da weg geht, na. Time to get to work. Hey! Ah, ich könnte also noch, wenn ich wollte. Okay. Going back to the office? Yes, indeed. So. Geben, die Outfits reparieren. It's all fixed. I really liked this outfit. That's good. Tunnel ready? Wanna go somewhere else? It's time to get to work. We can always check again if we forget. Wait a minute. Mein... Mein gutes altes. Alles überprüfen. Aber ich glaube, es ist nichts aufgetaucht. Yeah, again. Es könnte immer mal was auftauchen. Von daher immer gucken. Better safe than sorry. Ich glaube, hier ist nichts. Nö. Wäre einfacher, wenn ich hier rüberspringen könnte, spiel. Aber... Nogut. Oder wenn ich sowas wie ein Sprint oder ein Dash hätte. All right, let's do our best. We did it! We can... Those three. They seem to be doing better than expected. I guess so. You look miffed. Something the matter? Nah. I thought maybe you were expressing disgust at the poor judgment you showed in including them from action. Excluding them from action. Not even close. And I wasn't excluding them. Doch warst du. These people would cause the situation being excluded. Ah, well, aren't you a touchy one today? I don't think I'm any different from usual. Maybe it just feels that way to you because you're getting weak. Physically and mentally. No part of me is getting weak. You're really... It's here. I'm going to confirm the size and location. Um, that sound is... It's obviously a blare. The one time I'm actually looking forward to it. Wow, it's finally time. Oh, I'm getting nervous. You better not screw up. You hear me? If you end up making a fool of yourself, you know what'll happen, right? You don't need to remind me. Ah, you'll do fine. You'll be fine. You've got us with you, after all. Um, I'd prefer if you didn't put so much pressure on us. Besides, Atoa's got a sort of unreliable side to her. So we don't know whether it'll be okay. What? I said, what you think of me? Ah, not at all. Oh, that was... Um, uh... I was just thinking of the worst case scenario. He isn't going to fool anyone. I wonder if they'll really be okay. Wearing too much won't do anything. Everyone. A mid-scale blare has appeared. Had to ground zero ASAP. Ground zero ASAP. Okay. Tarkt, I count on you to follow through once you're at the scene. Well, as much as I can. What will I do? I have to get it together, but I can't stop shaking. I'm starting to get nervous just looking at you. Um, Tarkt, maybe you should say something. Huh? Me? Isn't that what the manager's supposed to do? Whack some fighting spirit into her. Easy for her to you to say. Hey, O'Tor. What, what, Tarkt? Well, just try your best. You managed somehow. Probably. You taught me that at all. I can't even count on you at the time like this. Seems like it backfired. I think that's your fault. Maybe she'll settle down if I give her a pet. There. Swack. What? Ow! Well, the shaking stopped. Hey, you're pretty good. I even surprised myself. Ow! I'm glad it worked, but could you be a little gentle? I'll see you next time. Shangler? I was already holding back. It hurt a lot. I thought I was going to throw up. I like that you're all relaxed now, but technically we're still in an emergency state. We pulled it together. Now hurry up and go. Yes. We'll be okay, right? Tarkt? Well, I guess whatever happens, happens. Go to the world and read green bells. Schon wieder. I'll do my best. There was a lot of stuff there. Okay. Oh, give it. Anders? It's finally my debut. But I'm okay. Warum seid ihr eigentlich nicht in euren, ähm, outfits? But I'm not nervous anymore. Not at all. Not even a little. Yeah, yeah, yeah. Come on, come on. Let's go already. We'll definitely make this debut a success. Come on, hurry up and go. First impressions are crucial, so you better knock it out of the park. I'm getting a little nervous, too. If I end up getting in the way, I'm sorry. Yeah, emergency and all, ähm, neue Events. Emergency. It's an emergency. People are dying. Yeah, aber ich muss noch Events ausschalten, so. Sucks being in your place. Aber nix. Gut, raus hier. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn jetzt in die Wände aufploppen würde, ne? We're in a state of an emergency. Talk. Town Center. Okay. Nichts Neues. Nun gut. Dann ab zum Verdant Greenbelt. Mal wieder. Kann ich mich nicht mal woanders hinporten als nur den... Komm on! Everyone, hurry up! Hurry up! ...als den normalen Eingang. Wait up! Kanadeko! You're too fast! She's always like this! She never... thinks about... my pace. You're looking pretty rough, too. If we keep dawdling, someone else is gonna take it down. What? I don't want that! I don't think there are any other Verstmaidens besides you guys. Come on! Stop talking nonsense and let's go! Exact. W-Wait! Don't leave me behind! Miss Shiori, I have just arrived at the scene. As quickly as expected. In that case, remain as you are and wait until they arrive. I... I truly find it difficult to wait with a Blair right in front of me. There's nothing we can do about that. The broadcast won't start until they get here. That's... Don't argue. This is your best chance to get support from the citizens. Understood. I will continue to wait. Is it time for work? Wo is this monster then? Hmm... I should have to let everything spawn in. However, I only see them when they are near. Right. Okay, I'm on my way. I wonder if there's anything around here. Shut up, shut up, shut up, shut up! Okay. I'm still fine. No, 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 no. Ich meine, der Dungeon ist ganz hübsch und alles, aber ich würde gerne mal einen anderen Dungeon sehen. Aber wir kriegen bestimmt noch ein paar. Ich für meine Speichersucht. Let's do our best. Let's do our best indeed. Let's do our best indeed. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yeah! Yeah! Oh! 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 Yeah! Hmm. I wonder if there's anything around here. You wonder, huh? This is still there. Hier ist echt so wenig zu tun. Oh, hier war ja nichts, ne? Ne, nur die normalen Monster. Okay. Oh, really? Oh, really? Time to get to work. Let's do our best. Lalalalala, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. So, hier denke ich mal wird das irgendwo sein. Oh, wir können da lang. Das konnten wir vorher, glaube ich, nicht, oder? Oh, unser Camo... Camoble ist weg. Okay, jetzt gewartet. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber gut. Dann können wir abhauen. Mit keiner Deko können wir, glaube ich, irgendwie fast immer abhauen. So. Ich würde Kämpfe nämlich sehr gerne vermeiden. So, wir haben nämlich schon jetzt unnötig Schaden erlitten, aber... Was soll man machen? Na, warum? Noch nicht mal ein Item. Warum? So, da unten kommen wir ja erst lang, wenn... Wow, what the fuck was that? Was soll dieser Leck? Stimmt. Okay, 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 okay. Da ist ein Item am Ende des Weges. Wie es sich gehört. Koffein trinken und... Spots. Gut. Sieht aus, könnte ich hier runtergehen, aber kann ich nicht. Zeit, um zu arbeiten zu arbeiten. Whatever das ist. Das ist ein Ausgang. Hab ich doch mal jetzt einen zweiten Ausgang, den ich nehmen kann? Oh, lass mich mal猜ze. Ich wundere, ob es hier irgendwas gibt. Auf dem Deko. Ich glaube nicht, dass ich das move'n kann. Hab ich mir sogar irgendwie gedacht. Das hab ich mir sogar irgendwie gedacht. Time to get to work! Yeah, yeah. This place makes me kind of sad. I know what you mean. Okay, neue Pflänzchen. I'm still fine. Sorry. It's no good. Yeah. It's fine. Time to get to work. Wir haben sie jetzt auf der Karte. Eben die Karte aufdecken. I'm still fine. Da ist das Event, was wir brauchen. Also werde ich noch ein bisschen weiter gehen. Auf der vorne geht es nämlich schon nicht mehr weiter, aber ich werde die Karte weiter aufdecken. Alle hopp. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, ob wir das eliminieren können. Let's do our best. Dann noch ein wenig in die andere Richtung und dann gehen wir ins Event rein. Aha! Ich meine, es wurde auf der Karte... Es wurde schon angezeigt, aber... Was könnte das sein? Sage Seal. Hm. Wahrscheinlich könnte ich hier runterspringen. Oh. 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 Oh Gott. Ja, ich kann es. Oh. Und ich sag mir noch so. Aber spring jetzt nicht runter. Geh erst noch weiter die Karte auf. Ach Gott. Jetzt muss ich den Weg wieder hochlaufen. Ich wundere, ob es hier irgendwas ist. Oh. Oh. So, damit habe ich alles hier aufgedeckt. Endgültig noch das Event gleich. Time to get to work. Ja, ja. Work and alles. Also wir raten, hier ist nichts mehr. Wow. Ja, das hat sich ja echt gelohnt. Das hat sich ja gelohnt, dass wir das mal aufdecken. Also... Hut ab. Na dann. Found it! What a huge Blair! Ich sehe nichts. Miss Ayumi, we've made it to Ground Zero. You're so slow. Just how long did it take for you to show up? What? Why are you of all people? You of all people? Did you just say you of all people? Yes. Momoka, stop getting in the way. I'm sorry, Takt. Is it okay if we begin the broadcast now? Uh, hey guys? Is that okay? I-I think it's fine. C-C-C-Completely fine. I'm sorry. Please wait a moment. Hana, gently, okay? Gently. Got it. Gently. There. Oh! 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 That still hurt a lot. Sorry to keep you waiting. We can start now. Roger. Going on air. Hey! Verse maidens don't cry in front of the camera, okay? The only time they can cry is when they're retiring. Even if you say that, I- Enough idle chatter. Now then. Everyone, thanks for waiting. It's verse maiden time! Huh? Verse maiden time? Are they still doing it? But- Miss Momoka retired. Okay, okay. I completely understand everyone's concern. But we mustn't forget. There are still verse maidens we can count on in this town. Ooh, am I on camera? Yay! I'm counting on you all to root for me. Oh no. P-Please don't take any close-ups. Oh, that's right! There were those two! So verse maidens change with each generation too, huh? Will they be okay? Hey! Get your asses back in action right now! Even if all we can do is cheer! Here we go! All together now! Ah! Please! Wait a sec! What is it? Don't mess with the flow! B-but look! There's a girl there we haven't seen before! Huh? Why don't we just fight? Ah, wait! No, no! We don't have time for lengthy introductions! We have a show to start! Oh, okay! I'm sorry! What is her true identity? Find out after the battle! Oh boy! Jetzt kommt die neue Mechanic rein, huh? Oh! Increased damage dealt with certain turn actions. I'm melded and called the flow bonus. Blah, blah, blah. Oh, okay. Warte mal, flow oder follow bonus? Follow bonus. Flow finde ich gar nicht mal so schlecht. Egal, es ist follow. This bonus is a curve when you're... You're a skill listed on the link. Clear bonus increases. Volt gauge increases. Voltage, egal. Mhm, okay. Okay. live concert mode field break oh stimmt die haben ja immer so ein feldding ja weiter it may change its mind about targets of skill usage okay also perform a team attack like a special skill or harmonic chain will activate pursuit ah okay das werde ich alles während des kämpfens irgendwann mal herausfinden weil das jetzt hier zu lesen bringt mir einen feuchten kehrig ich kann jetzt ich weiß jetzt nur dass diese sachen existieren und das ist alles